so dann auf geht's okay das hat sie so schön gemacht rundherum guck mal die ganze blümchen und dem wasserfall sie hat aber viele dinge eingebaut aber die erste bahn ist zum angewöhnten du hast nur darum den kreise zu gehen dahinter ist direkt das tor das ist das sollte ich nur täuschen dass das ganz leichtes genau so jetzt schon anders nein ich wäre so schön drauf gewesen ich auch nach oben doch höher bisschen mehr stopp sarah genau was war das ach so hier gibt es das wird das nutze ich natürlich nicht dass wir ein bisschen und wäre ja sie hat ein paar versteckte holz eingebaut in der landschaft so dann könnte man sein dass irgendwo ein tor steht oder so aber dies wirklich die schon nicht einfach ich habe noch nie die eigene map gewonnen noch nie weiter danke ich bin drin sehr schön ich bin noch nicht schlagen ich warte erstmal jetzt aber ja ich bin rüber geschoben ich bin noch voll auf die landschaft oder ja das hat sie richtig gut gemacht das machst du alles die häuser und so die ganzen kleinen pflanzen das musst du alles einzeln setzen dann so richtig gestalten das wäre ja auch was für mich das ist schön das kannst du im shop hier im links machen guck mal ganz oben im himmel erwartet uns übrigens noch der mars da oben oh gott äh was war das jetzt hier da gibt es auch eins aber ich nutze es natürlich nicht wäre ein bisschen fies so huch ding doink ding 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 sag schade nein 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 so viel wasser da musst du überall sonst wieder nicht ja genau so geht's auch ja das habe ich auch gemacht und jetzt muss auch da ich spreche die ganze zeit mit ihr mit der space taste ich auch ok 10 wow und hier links darüber keine ahnung mehr weiß es nicht mehr darüber springen die wählen die sie überall angebaut hat es hat aber gut gemacht ja es wirklich ist ganz toll gemacht aber auch fies an einigen stellen ja mit den wählen und so vor allem in den kurven und das beim loch kein ding dahinter ist wenn die erdbeeren hier dahinten alles so weißt du die blümchen das hat sie alles das sieht super aus wie lange hat sie daran gesessen das hat schon ein paar tage hat sie da immer mal daran gearbeitet mein kino nebenbei gemacht am laptop ich sag lade hochladen hoch die ist toll das ist ein loch bin ich glaube ich war das noch so einfach erst mal hoch ja genau einfach jetzt mal ach ja ich glaube da ist alles offen ja da vorne muss man sich gleich den weg aussuchen dazu was angeschrieben manche niemand war das hier schuss weiß wie you might not come back ich weiß nicht mehr rechts oder links egal wenn wir richtig sind ja ist richtig links rum da muss man hinten ins gebüsch reinkommen denn dass das ziel drin das sind die ganzen blümchen hoch sarah hatte ich folge das hat was getroffen ja ja ich habe getroffen ich habe mich so toll da hoch genau das fliegst du mir raus so mit einem mit mausrad könnt ihr ran und raus zu und falls dann meine mauer ja jetzt gegen die posten gekommen was war das keine ahnung was noch nein ja wer hat mich dann daraus gibt was nicht was denn karsten ich bin drin ich habe die fahne gesucht und dann spiele ich auch wieder so nein das wäre jetzt gemeint nein nicht rausfallen sie hat sogar kann die reingemacht nein das ist hier laufen das ist doch klar wieso macht sich das für schlangenlinien reit ich muss hier liegen bleiben es ist verbagt ich muss einmal reset machen jetzt fange ich wieder ganz von vorne an zu kurz na na schade letzter schlag hier oben ist ja noch ein ziel und nein ja da war auch noch ein ziel wow jetzt hat die schlacht zu wollen die ecken hier überall die eigene map gewinne ich nie ok soll schlagen habe ich gehört und dann fliegt wieder raus wenn du schlägst oh mein gott das meine ich bin rausgeflummt nein 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 oh nein ja wer ist du musst du erschlagen beziehungsweise pinky schlag ins zweite loch ins zweite schlag den des zweiten bunker sache kinky ja bitte nicht verraten nein verrate ich nicht ich auch nicht das ziel das abkürzen hatte das konnte man doch schippen ist hier nicht weil da oben das ding drüber ist hier extra gemacht gegen schipper ich sehe noch nicht mal die fahne ist so ein gelbes ding was da wabert da musst du rein siehst du das gelbe sylze wieder hoch kommt auch sag mal schon peinlich wenn man die eigene menschen spielt das kann nicht wahr sein ich bin jetzt hier wo bin ich denn hier jetzt geht da noch weiter so jetzt aber da geht es noch weiter ja da ist das ziel guck mal wo es brennt die ins feuer ja hatte aber ins feuer media die bahn ist und wenn wenn du die in deinen schlägen schaffst du gut das kann man nicht machen ich sag mal ich mach den ding ding die scheiß kollision das ist schwer ich hab dich nicht mehr war jetzt dass ich kann daran gemacht ich halte scheiße die mit kollision ist wirklich doof woche sarah ja kommst du vorbei ja jetzt kommt vorbei die die hallo weiter und ist das ziel noch mal war es war ja es liegt genau vor mir kann ich sie nicht zeigen da muss es irgendwo sein das tor ja ja ich habe es gesehen wozu vergebildet ich auch schade na gut ok kann ich nicht ich bin drin nein ich verhunger vorher jetzt schau uns wieder rein letzter ball mit dem letzten ja auch im letzten dann ist scheiße schwer auch diese kollision links rechts mitte wo müssen wir hin ich weiß es auch nicht mehr ich weiß es nicht immer rechts und bin ok ex ist wichtig ich verrate euch im wasserfall und landet im netz rechts in dieses war bei den reihen in diese teleportation finger ja ok alles habe es war dank fürs zuschauen wer du denn wer wer das geht zu mich das kriegst du mich hin es ist nicht möglich was machst du es da weiß nicht keine ahnung der bagg ist bei mir rum ja so kommt er niemals in die löcher sagt er und kommt rein doch nicht doch er leckt aber auch wie die sau ja das ist das recht ich habe es geschafft ich bin reingefallen ich weiß nicht mehr wo ich jetzt hin soll welches löchel wenn man das mal gucken was passiert okay war nicht so gut aber auch nicht so schlecht das ist echt cool gemacht jetzt porten ihr komplett aus dem dorf raus und kommt irgendwo anders runter gefallen nein 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 das ist so gemeint die die kollegierungen nein danke ach wo kommst du hin musst du dir einste löcher auswählen egal egal es gibt eins da landest du direkt irgendwo vorne wieder am anfang hast du jetzt gemerkt aber welches das war ja nämlich mal die mitte das war das selbe hochgeschossen kleiner tipp ja er schreit weiß gerade die löcher das weiß ich selber nicht welches jetzt richtig ist und falsch gibt eins da kommst du zum anfang eins da triffst du genau ins loch das war das jetzt weiß nicht mehr hallo ich darf verpacken nein ich war so ja du kommst du durch so eine röhre gut gemacht doch jetzt geht es weiter die 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 meine blöden rampe hier ja einfach nur rüber oder fliegen dahin nach der unten wir sind im feld all wir müssen dies gäbe ging dahinter direkt reinfallen entfliegt ihr zum mond einfach teil über die einfach über die rampe leicht rüber kommen genau jetzt fliegt so buch ist mein bild schief so das ist glaube ich so dinge ein weg ja genau oh gott das sind so dinge ein weg hängen die so raus weißt du was du musst darüber chippen ich schreib einfach mal so wie es gibt das war zu doll frustrierend sind da nicht rüberkommst du sind als gravitationsfelder genau bleibt hier zum schluss nur der weg übrig das ist eine ganz lange bahn oder wenn es versteckt oder kraftweise weiß zu viel ja weiß zu viel ich habe schon ich habe schon man darf habe ich jetzt so viel schläge gebraucht ist auch am anfang direkt das doch ging was mit gesehen war aber ein tor versteckt in den blumen und wales hat gesehen er versucht es gerade sie ist aber extra nicht genommen ich habe es erst am fünften schlag genommen dankeschön muss man da rein aber auch menschen die warte bin die warte oder machen wir jetzt jetzt auch das ist doch nicht möglich klasse und ich jetzt wieder an der anderen ecke ja ja haupt wie das ding der weg das ist doch nicht normal auch lenkt mich am arsch warte so ich glaube es ist die jetzt geht schon wieder los warum dreht sich das ja guck dir das doch mal an ok hier ist es sitzen immer welchen b und jetzt musst du hoffen dass auch tritt werbung 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 und jetzt drin auf die kante oder doch ich klicke auf der fall rein gut sehr gut ja ich bin drin das bewegt sich weil wir hier halt oben sind im all welches geschiebt wird man dachte ich werde sehr schön gemacht ja dieser was so frustrierend an einigen ecken du fein hier war aber drin ja jetzt hat sie sehr gut gearbeitet ich bin zweiter aber ich habe gesagt gewinnen glückwunsch ich bin erst da ich bin zweiter Untertitelung des ZDF, 2020